Musik Jo Leute was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir den Simon und eurem Gamerbrother Freunde ja es ist wieder die Zeit für Hellspin Discard heute in der Tote Edition ihr habt es euch gewünscht guckt euch an was auf dem Board draufsteht da habe ich schon wieder keinen Bock was geht Tisi Moiners Moiners was geht ab die Leute haben sich das gewünscht und da sind wir da sind wir noch da da sind wir Freunde ihr müsst den Like Button unbedingt auseinander nehmen weil wir haben heute wirklich vorgewählte Sachen hier auf dem Board es wird das härteste Hellspin Discard aller Zeiten wir haben drauf den berühmt berichtigen Switch Prime Icon dann gehts los mit was haben wir hier 2 Millionen plus Team of the Year Toti Stürmer Toti Mittelfeldspieler Toti Abwehrstürmer äh Toti Abwehrspieler Abwehrstürmer und Random Team of the Year das heißt es wird blutig Freunde es wird blutig eskaliert mit den Likes wenn ihr das Hellspin und nächste Woche wieder sehen wollt könnt auch sehr gerne Vorschläge für weitere Kategorien hier drauf schreiben heute wird einer bluten und ich würde sagen wir gehen rein Link zu den Tisis ist auf jeden Fall drin und dann machen wir Jalla Jalla oder ich hab Angst ich hab Angst oh Scheiße oh Scheiße welche Aufstellung nimmt man jetzt da das ist die Frage Toti zählt natürlich bloß 2 ja 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 wir gehen mit der rein komm abfahrt man muss dazu sagen es gibt keine Icons mehr ist das so weiß man nicht warum weiß ich es nicht ja weiß man nicht warum hast du schon wieder eine da drüben komm schon ich will die Goldspieler nicht mit ihm weil ich einen Toti haben will ich nehme ihn mit perfekt sehr schön Timo was du da baust sehr schön was du da baust ist okay ich brauche halt so einen scheiß Toti für plus 2 ja ja vielleicht kommt der Kollege ja noch na das ist es nicht es ist halt krass wie schlechter die Drafts wieder geworden sind ja ja das ist ja beschäftig boah komm man mittlerweile die ganzen Gammelspieler wird da ja musst du open bringt ja nix ja sieht das zu berauschend aus komm man ich brauche Totis EA das ist kein Toti Chili 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 schwierig ganz ganz schwierig oh what ich gamble jetzt nicht auf den Team auf die hier falsche Version ne kann ich die ganze Zeit nur gambeln ja muss da ach man scheiß drauf die Frage ne wie weit geht man jetzt das Risk ja ich würde einer mitnehmen das ist halt ehrlich die Frage wie weit man das mitnehmen ja das wird da ich glaube wir gehen mit dem wirklich ich beliefe noch ein bisschen ich beliefe noch ein bisschen ich beliefe noch ein bisschen richtig ja perfekt das geben wir sogar noch schlechter ne ja aber nimm mir den ne ja ja wavos wavos wir beliefen Digger wir sind beliefen Nummer sicher Toti Nomini zählt übrigens nicht ne für die Saison ne nur Toti Karten zählt boah wir haben Windheim aber ich krieg keine eigentlich musst du Windheim mitnehmen hat die Windheim fuck nimm den mitkommen nur Totis glaub mir wer jetzt doch noch rumgekommen wäre musst du ja schließen wir erstmal einmal Premier League gebiebt Digga was kommt da für ne Sülze alter ich baue so eine Sülze ich baue so eine Hartz 4 Draft ja aber das was wir brauchen bringt nix mann gönn doch mal ein Toti existieren die überhaupt halt die Mitte muss halt noch ne existieren Totis boah Junge das wird ne ekelhafte Sache ne es wird ne ganz ekelhafte Sache es wird ne ganz ekelhafte Sache es kommt nur RF Ölöf ja muss ich machen für Chemie scheiße Junge was heute Golfer ja für was halt ich krieg auch nur RF Ölöf kannst du Spanier halt mitnehmen und der Mulli ne nun je kannst du mitnehmen passt dann sogar ja mach mal für wohin für auf ZDM und dann tust du noch Salah für Gendesi rein hast du kurz saufen und dann tust du noch das ist ja das ist ja das bringt auch nichts aber nix denn aber immerhin das ist ja das bringt auch nix aber immerhin das bringt auch nix dicker was ist das denn nicht geil überhaupt nicht geil ne dicker nur so nur so ich krieg auch nur scheiße hey was ist das denn Junge ich hab 5 West Ham Spieler ich baue West Ham Draft mach mal ne ja mach mal mach mal das kannst du dir nicht ausdenken und dann change it perfekt sehr gut aber ich baue wieder West Ham perfekt Icon raus gibt Plus Chemie alles klar sehr gut boah dann mehr rein ne ja ja boah dann mal rein sehr gut kann man vielleicht noch n ticken hoch jetzt kannst du noch changen ach du scheiße ist noch 89er hast du doch Proski zu wenig ich hab auch Winter ich kann ihn nicht mal nehmen alter ist das das erwärmlichste Draft aller Zeiten leck mich am Arsch das ist unerweilig gesehen man das ist gar geht nix ne geht gar nix ne ne Digger Handi die Draft schon wieder verschandet alter Wahnsinn ne das ist so ein Zeitpunkt man das ist doch so witzlos du baust nen Draft wie zu FIFA Release dann gib doch wenigstens sauvviel Toatis noch dazu die ganzen Icons dazu wie geil wär das denn also ich hab abholt ich hab ein 187er ich hab keinen Toti nix gehen wir d'accord ja haben auch ein 187er na auch was machen wir stechen ich kann kein Pack ziehen wir können auch kein Pack ziehen können wir auch nix pass auf dann machen wir folgendes ähm wir gehen in Draft rein und lassen einfach automatisch vervollständigen wer da das höhere hat ja ist gut fuck abfall darf man sich die Ding aussuchen Aufstellung aufstellung darf man sich aussuchen ok scheiße jetzt wird jetzt Vogelwild ne wenn ihr ready seid wir sind ready ja wir suchen die Formation aus ok ich nehm Draft Token und dann die Formation und dann automatisch vervollständigen ne ist aber auch gut aber das ist die hier ne ne klassisch blattlässig Kapitän darf man noch nehmen ne ja ok ja ja vielleicht Team vervollständigen Team vervollständigen Lala hab ich Angst hab ich Angst ne ach du Scheiße hab ich ja nie gesehen alles falsch wie hättest du Ding mitgenommen Scheiße was hast du gesagt was hast du Team Bewertung äh also nur Bewertung Dürfen wir uns Manager aussuchen oder wie machen wir es ohne Manager also nur Bewertung nicht Chemie nur Bewertung oder was ne wir zählen dann zusammen aber erst vergleichen wir die Bewertung dann vergleichen wir die Chemie und dann zählen wir zusammen oder ok 85 Bewertung 84 Chemie 52 59 50 wow Alter hätten wir Ding mitgenommen hätten wir es gehabt wahrscheinlich fuck ich hatte zum Glück ich konnte als Kapitän sie dann Eike nehmen ja wow es war so lucky wow Scheiße Digga und ich hab aber einfach bei automatisch vervollständigen Toti Jorginho gekriegt da hab ich ihn einfach gekriegt hätte da eigentlich auch plus 2 gezählt ja so egal lebt deine Hilfe hätten es auch eh nicht geschafft Simo war alle deines Amtes oh nein 146 ich muss erstmal drehen fuck ich darf drehen let's go ich darf drehen come on difficult of change fuck es ist so knapp es ist so knapp guck sich das an das Ding ist nicht drüber deshalb zählt das hier ihr seid einen milli winzigen mikro millimeter Penis entfernt von 2 Millionen plus Toti wow seid aber trotzdem bei Toti Stürmer wow also ich zweifle mittlerweile das Rad da drüben an ich sag's besitze ich zweifle es einfach an hä ich hätte auch sagen können es zeigt auf 2 Millionen plus Toti ich hab das gerade zu euren Gunsten ausgelegt drückt drauf okay ach du scheiße seid ihr bei Toti Stürmer also ich sag das wie es ist es ist alles dabei ne was schönes es ist alles es ist ein Cristiano dabei einige Lewandowskis aber ich sehe da zwischendrin auch ein Giorginho der ein bisschen umgeformt wurde ich sehe aber auch Messis und ich sehe auch Empapés also ich sehe alles ich hätte gerne die Nummer 9 ja wow 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 aber scheiße aber scheiße aber aber zumindestens zumindestens noch da weg aber eigentlich auch scheiße Ticker ein Lewandowski für 1,8 Millionen wow hohoho VAMOS natürlich auch Mbappé, Messi und so treffen können aber es wäre noch viel günstigere Lewa's da gewesen ne ja perfekt ich hab gejubelt und ich dachte 1,2 kostet oder? ja und wir bezahlen 1,9 für den Bratan VAMOS das ist der 2 Millionen Discard gefühlt ja das ist der 2 Millionen Discard Pippa Witz hey all good wir müssen den erstmal tauschen oh no ah perfekt ich war kurzzeitig bisschen hoffnungsvoll ja schon aber weil halt die Liste war halt Digga da war ein Mbappé drauf da war alles drauf ein Ronaldo für 9 Millionen ja ist entspannt Ronaldo 9 Millionen all good kriegen wir das hier noch rein ja kriegen wir rein aber 1,8 für den Lewy tut wieder weh so ähm ja wir kommen zum Discard ne schade 1,8 6,5 ich zweifel es red ich mittlerweile an ich zweifel es an ich bin für ne Prüfung bei dir ich bin für ne Prüfung in deinem System sag ich euch das da kann wirklich die TÜV vorbeikommen ich schimpf TÜV an der soll vorbeikommen und das mal prüfen das kann so nicht weitergehen ich hab ich hab nichts zu verbergen Freunde das war's mit TOTI Hellspin Discard für diese Woche ich hoffe es hat euch gefallen eskaliert den Likes checkt noch krisis Folge ab wir wissen auch nicht ganz genau wann die wie wo und welche Reihenfolge kommt aber da auf jeden Fall auch abchecken Freunde eskaliert den Likes Kommentare Vorschläge voll ballern was ihr als nächstes sehen wollt bis dahin ist raus Ciao und du wein auch